Wir wissen alle, die Drogerie haut in den letzten Wochen viele, viele spannende Produkte raus. Aber das Schätzchen hier hat es mir vor einer Weile schon ganz besonders angetan. Und wir werden heute herausfinden, was das eigentlich ist. Wir haben den neuen Maybelline Instant Age Perfector 4 in 1 Glow. Und wir werden schauen, ob das vielleicht sogar das beste Dupe zu Charlotte Tilbury ist. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ein bisschen gespannt und ihr wart es auch. Denn ich habe euch vor zwei Monaten eigentlich schon bei einem DM-Neuheiten-Video gezeigt, dass es etwas Neues von Maybelline gibt. Und ich habe es irgendwie damals vergessen zu kaufen und habe es jetzt bei meinem letzten DM-Hall, Online-Hall, endlich dann mitgenommen. Und heute werden wir es ausprobieren, den Maybelline 4 in 1 Perfector. Das ist ein recht neues Produkt und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da keiner drüber redet. Und ich werde euch auch erklären, warum. Zuallererst hoffe ich natürlich, dass es euch wundervoll geht und ihr einen wunderschönen Tag hattet. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufreitern kann. Tut mir einen Gefallen und abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Denn ich helfe euch, dass ihr euer Geld spart, indem ihr nur die Produkte kauft, die euch wirklich gefallen werden und die wirklich gut sind. Das ist ganz spannend. Ihr erinnert euch mit Sicherheit alle an den 4 in 1 Perfector. Das war für mich eine mittelschwere Katastrophe und es war sogar so mittelschwer katastrophal, dass ich es in meine Top 10 schlechtesten Produkte 2022 reingenommen habe. Jetzt kann man aber das hier raus und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Das ist auch wieder so ein kann alles und du brauchst nichts anderes mehr Produkt. Wir haben Primer, Concealer, Highlighter und BB Cream in einem. Und ich vermute, dass das ganz, ganz stark in diese Richtung gehen wird. Ich habe ihn in der Farbe 1.5 gekauft. Den gibt es nur online bis jetzt. Und ich glaube, das ist auch das Problem. Die meisten Creatorinnen und Creator wie ich, wir gehen ja auch regelmäßig in die Drogerie und schauen, was ist neu. Und online bestellen tun wir auch. Aber halt in der Drogerie ist es immer noch mal ein bisschen was anderes. Und deswegen werden wir das Ganze ausprobieren. Ich habe ihn auch schon geswatcht. Ich finde ihn ein bisschen dunkel. Ich habe ihn aber noch nicht im Gesicht gehabt und deswegen testen wir das Ganze jetzt. Hier sind 20 Milliliter drin. Also etwas weniger als in einer Foundation oder in einem regulären Primer. In Charlotte Tilbury sind 30 Milliliter mit drin. Preislich macht es da natürlich aber auch einen großen Unterschied. Das Ganze hat so ein Schwämmchen und geht auch in die Richtung des Instant Anti-Aging Concealers. Ich glaube, davon gibt es ja auch mittlerweile eine Foundation. Und das soll jetzt auch so ein Zwischending mit drin sein. Ihr könnt das Ganze rausdrehen. Da kommt das Produkt auch schon. Ich habe weder Primer noch irgendwas im Gesicht. Nur Creme. Und ich glaube, wir probieren es jetzt einfach mal. Weil ich glaube, dass das... Ist das zu viel? Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach mal einen Foundation-Pinsel und arbeite mir das Ganze ein. Und Tatsache, es hat Deckkraft. Also das ist kein Tube zum Hollywood Flawless Filter. Der Hollywood Flawless Filter hat wesentlich weniger Deckkraft und ist etwas glowiger. Ich hole euch mal näher ran, weil das ist ganz spannend gerade. Ich glaube, so könnt ihr es ein bisschen besser erkennen. Also farblich, ja. Ist es etwas dunkel, würde ich sagen. Wobei, eigentlich passt es sogar ganz gut. Ich habe heute ein recht gerötetes Gesicht. Ich kann euch gar nicht sagen, woran es liegt. Wahrscheinlich an den ganzen Actives, die ich die letzten Tage benutzt habe. Wait a minute. Das sieht fantastisch aus. Wozu ist das ein Tube? Wozu ist das ein Tube? Ganz, ganz schwierig. Ich habe mir was ganz anderes darunter vorgestellt, Tatsache. Aber ich bin positiv überrascht gerade davon. Ich dachte, es ist wirklich so ein Hollywood Flawless Filterding. Ich zeige euch das einmal kurz nur im Vergleich, dass ihr das nochmal vor Augen habt. Das ist wesentlich glänzender. Das hier ist glowy, frisch, aber nicht glitzerig im Vergleich. Wir machen mal die komplette halbe Seite. Und ich muss auch sagen, mit dem Applikator geht es Tatsache doch recht schnell gerade. Falls ihr wisst, wozu das ein Tube sein könnte, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht ist es ja auch gar kein Tube. Vielleicht ist es ja auch wirklich einfach mal ein Produkt, was neu und spannend ist. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Schwamm rüber. Das nimmt natürlich auch so ein bisschen Deckkraft mit. Und dann sieht, also weg, und dann sieht man auch ein bisschen mehr von diesem Schimmereffekt. Jetzt im direkten Vergleich finde ich das wunder, wunderschön. Weil es sieht so ein bisschen aus wie meine Haut. Die Deckkraft ist überraschend gut. Also meine Pickelmale decken wir hier gleich nochmal ab. Hier sieht man noch so ein bisschen was. Das könnte man jetzt aber auch mit einem bisschen Concealer ausdecken. Aber für so einen leichten Effekt finde ich das phänomenal. Und jetzt passt es farblich, finde ich auch sehr, sehr gut zu meinem Hals. Ich hole euch mal noch ein Stückchen näher ran. Und so könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Also auf der Stirn, finde ich, sieht man es sogar ganz besonders gut. Dass es jetzt nicht so extra... Also man kann diesen Glow wahrnehmen, aber das ist schwierig einzuschätzen. Also jetzt zieht sie ja auch so ein bisschen ein. Und dann sieht man den Schimmer auch etwas mehr. Aber nicht so übertrieben, sondern sehr natürlich. Im Vergleich hier gerötet, Unreinheiten hier um die Nase. Und hier ist das sehr, sehr schön. Wir machen das jetzt nochmal gemeinsam im Close-Up. Ich rutsche mal ein Stück zur Seite. Es kommt auch echt gut Produkt ab. Und ihr seht es, das ist sehr, sehr wässrig. Also es geht auch wirklich in diese Serum-Richtung von der Textur her. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das sehr, sehr gut mit einer Foundation kombinieren kann. Mit dem Pinsel geht es definitiv etwas besser. Und jetzt sieht man auch, also die Feuchtigkeit geht so ein bisschen in die Haut. Und dann wird es auch tatsache ein bisschen schimmernder auf der Haut. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht doch eher so ein Mixing-Medium ist. Also es ist natürlich jetzt auch sehr dunkel. Es oxidiert auch so ein kleines, kleines Stückchen. Deswegen würde ich wahrscheinlich sogar noch mit einer anderen Farbe arbeiten. Aber ich mag das sehr, sehr gerne. Ihr wisst ja, ich liebe Glow. Ich liebe dieses Glitzerige, ich liebe dieses Schimmernde. Ich frage mich, ob man da vielleicht ein bisschen Foundation noch mit runter mischen sollte. Ich würde es jetzt aber mal dabei belassen. Weil ich glaube, dass das für jemanden, der wirklich nur dieses Leichte, Gleichdeckende im Gesicht haben möchte. Ich merke jetzt auch nicht, dass ich Produkt im Gesicht habe. Das was sein könnte. Und da ich ja eh viel Concealer und andere Produkte benutze, glaube ich, ist das eine schöne Sache. Was sagt ihr, wie gefällt es euch jetzt erstmal auf den Aufblick? Also jetzt sieht man schon, es wird schon sehr, sehr schimmrig. Also sobald es wirklich einzieht und die Feuchtigkeit verdunstet und in die Haut geht, hinterlässt es schon sehr glowy Finish, muss man sagen. Deswegen würde ich es vielleicht wirklich doch mit einer Foundation... Ich bin ganz verwirrt gerade. Egal, wir machen jetzt erstmal weiter. Ich nehme mir Concealer und blende das Ganze hier erstmal ein. Und dadurch kriegen wir ja auch wieder etwas mattere Punkte ins Gesicht. Und mit dem Rest kann ich ja dann punktuell auch nochmal auf die Stirn und unter den Wangen so ein bisschen lang arbeiten. Also ich glaube, wenn ihr eine sehr, sehr unruhige Haut habt, könnte das vielleicht pur ein bisschen zu viel sein. Ich bin ganz verwirrt, weil ich das... Ihr kennt mich ja, ich habe ja immer eine grobe Idee, wie ich mir ein Produkt vorstelle, wie es performt und wie es aussieht. Ich habe natürlich mittlerweile auch so ein bisschen Erfahrung mit Produkten sammeln können. Und weiß mittlerweile, welche Produkte wie ungefähr auf meiner Haut performen werden. Klar, es gibt immer mal so ein paar Situations, wo sich das etwas anders ergibt, als es dann am Ende ist. Aber damit habe ich halt gar nicht gerechnet. Also ich habe wirklich gedacht, dass es entweder so ein 1 zu 1 Tube zu dem Hollywood Flawless Filter ist. Oder einfach eine leichte Foundation. Aber das ist genau etwas dazwischen. Weil jetzt, wenn es so ein bisschen weggezogen ist, die Feuchtigkeit, geht es wieder zurück zum Charlotte Tilbury. Maybelline, call me and explain. Also First Impression, es gefällt mir sehr, sehr gut auf der Haut. Wir machen mal weiter. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Kontur. Blende mir das Ganze hier mal fix ein. Und ich muss dazu sagen, es fühlt sich jetzt auch nicht so an, als müsste ich unbedingt die Foundation jetzt setten. Beziehungsweise diese BB Cream. Base ist soweit. Einmal abgepudert. Ich möchte sie gerne ein bisschen setten. Weil, und jetzt, ihr könnt es glaube ich nicht erkennen. Also es sieht jetzt mattiert aus. Nichtsdestotrotz schimmert es durch. Deswegen mit ein bisschen Spray nehmen wir dieses Pudrige wieder weg. Das ist immer wirklich ganz spannend, wie viel Unterschied so ein Fixing Spray im Finish generell macht. Deswegen würde ich euch auch immer benutzen Spray. Und wenn es nur Wasser ist, ist völlig in Ordnung, weil ihr einfach diese pudrige Schicht wegnehmt. Und die Pigmente, ihr müsst euch vorstellen, die sehen so ein bisschen durcheinander aus. Und wenn ihr Wasser benutzt, wird es glatt und die Hautoberfläche sieht einfach viel, viel schöner aus. Also mir gefällt das im ersten Eindruck sehr, 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 sehr gut. Gut. Das ist nichts für jemanden mit einer sehr stark texturierten Haut. Ich kann mir aber vorstellen, dass man dieses Produkt sehr gut benutzen kann als punktuellen... Ah nein. Ich hätte den gerne noch in der dunkleren Farbe. Vielleicht könnte man den dann auch ähnlich wie diesen Contour Wand benutzen. Weil ich glaube, dafür ist das eine gute Alternative. Okay Freunde, ich mache mal ein bisschen weiter. Ich will jetzt noch ein bisschen was drehen und lasse es mal noch ein paar Stündchen auf meine Haut. Und ich melde mich gleich nochmal bei euch. Ihr könnt mir in der Zwischenzeit aber schon mal was in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Was ihr für Erfahrungen mit dem Produkt vielleicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns gleich mit einem Full Face of Makeup. Es ist mittlerweile ein paar Stunden her, dass ich das Video begonnen habe und das Makeup finalisiert habe. Das ist einmal der fertige Look. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen. Das war die Hux & Teddies L.E. von Essence vermutlich habt ihr schon gesehen. Ich liebe den Lipgloss. Das soll aber gar nicht um die Farbe gehen, sondern wirklich um die Base. Ich habe das Ganze jetzt dreieinhalb Stunden drauf, glaube ich. Und das sieht wirklich, wirklich schön aus. Was man sieht ist, der Schimmer kommt durch. Also der scheint schon durch. Das ist jetzt Highlighter. Aber auf der Stirn sieht man schon so einen leichten, goldenen Hauch an Schimmer. Ich finde das schön. Ihr müsst noch so ein bisschen schauen. Ich hoffe deswegen, dass die in die Drogerie kommen. Vielleicht in einer Limited Edition oder so. Dass ihr die richtige Glitzerfarbe habt. Weil wenn ihr sehr, sehr hell seid und ihr goldenen Schimmer raufpackt, dann sieht das vielleicht nicht so schön aus. Oder sieht das nicht so schön aus, als wärt ihr etwas dunkler und habt goldenen Schimmer drin. Da würde ich dann eher rosanen oder silbernen Schimmer mit bevorzugen. Optisch gefällt mir das Ganze sehr gut. Ich glaube, dass ich sie auch weiterhin verwenden würde. In Kombination mit einer Foundation, dafür, da brauche ich dann weniger davon. Hab dann weniger diesen schimmerigen Effekt. Hat mir aber gut gefallen. Also kann ich nichts Negatives sagen. Preisleistung ist gut. Es ist leider kein Juke zum Hollywood Flawless Filter. Ist aber sehr, sehr schön. Ich bin nichtsdestotrotz und ich glaube, und das werden wir die nächsten Wochen auch nochmal machen. Ich bestelle mir den jetzt nochmal in der dunkelsten Farbe oder in der dunkleren Farbe. Und dann probieren wir aus, ob das vielleicht auch eine Alternative zu dem Contour-Bond sein könnte. Kann ich mir nämlich eher vorstellen. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Produkt sagt. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Und vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen mit dem Schätzchen gemacht. Dann wäre ich sehr gespannt, das herauszufinden. Und dann danke ich euch, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.